Alles möglichst glatt, unbeschwerlich, weichgespült und vorgekaut. Sag mir, wo es lang geht, oder? Unsere bedürftige Vorgabe-Welt. Also ein bisschen provokativer Titel. Provokativ zu sein ist ja schon wichtig im Leben, um überhaupt auch gehört zu werden, angenommen zu werden oder beachtet zu werden oder eben dazu beizutragen, dass ein Mensch sich mit einem Thema auseinandersetzt. Mir fällt immer wieder auf, dass alles möglichst glatt gehen soll, im Sinne des Gutseins. Wir sind alle gut zueinander und dann soll es möglichst glatt und reibungslos gehen. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Sache, wenn es authentisch ist. Also wenn du das Gefühl hast oder die anderen Menschen, die dir begegnen, das Gefühl haben, es läuft eigentlich alles glatt und wir wollen nicht von vornherein eine Komplikation draus machen und ein Widerstand und eine Hakelei und sowas. Aber vieles ist doch künstlich glatt oder scheint künstlich glatt zu sein, wo es so eine Art von Norm des Glatten oder des Guten gibt. Die Norm des Guten, die zu erfüllen ist als Fassade, als Möglichkeit, aber nicht als authentisches und damit wahrhaftiges Ding. Und was ist denn das wahrhaftige Gutsein? Die Frage stellt sich mir immer wieder. Da muss ich also wirklich auch das Gutsein in mir spüren und nicht nur so tun, als ob etwas ist. Also, aber glatt zu sein bedeutet ja, ich muss komplikationslos an den Strand kommen, ich muss komplikationslos nach Hause kommen und das muss einfach gut ineinander flutschen. Und natürlich ist es unser eigentlich auch schon neurobiologisches Ansinnen, denn wir das tun, nämlich einigermaßen kohärent und ohne großen Energieaufwand durch die Welt zu kommen. Aber die Welt ist natürlich nicht glatt oder sie ist nicht immer glatt. Und sie ist nicht immer schön und sie ist nicht immer lieb. Und sie ist auch nicht immer brav und all das, sondern es gibt das Unglatte, genauso wie es unterschiedliche Landschaften und Terrens gibt im Leben, denen wir begegnen, die durchaus immer wieder eine Herausforderung sind. Genau das Gleiche gilt für das Attribut unbeschwerlich. Wie gerne hätten wir einen Alltag, der unbeschwerlich ist, aber einen Alltag, der unbeschwerlich ist, den gibt es sicherlich, aber dann auch in einer kardinalen Langeweile oder Einseitigkeit oder Scheinbeschwerdelosigkeit, also unbeschwerlich im Scheinbaren, aber in Wirklichkeit ist es schwer. Man tut so, als ob ja alles gut ist. Also wenn man dann fragt, wie geht es ihm, wie geht es dir, dann sagen die Leute, ja, wie geht es gut und gut. Und du merkst schon irgendwie vom Gefühl her, wie gelogen das ist oder wie sich jemand nicht traut, das zu sagen, weil es ist nicht schicklich und nicht üblich und entspricht nicht einer Moral, schlecht drauf zu sein, sondern man hat gut drauf zu sein und möglichst beschwerdelos zu sein. Insofern ergeben sich daraus geradezu Spaltungen innerhalb der Befindlichkeitswelten von Menschen, wo man nur sich selber eingesteht, dass es einem nicht gut geht oder wirklich dem nächsten, nächsten, nächsten Partner, den man hat, den man das vielleicht tut oder wie gesagt vollkommen isoliert ist. Auch das Weichgespülte, immer wieder alles weich zu spülen und in dem Sinne auch beliebig zu machen. Die Beliebigkeit, heute ist alles möglich, kann alles tun. Ich habe alle Möglichkeiten, alle Toleranz der Welt gegenüber, das zu tun, was eben möglich ist und vor allem natürlich auch dieses Attribut vorgekaut. Es gibt nur das Wissen, was wert. Es ist nur dein, das Kunstwerk, was wert, was eben vorbestimmt ist oder vorgekaut ist von jemand, der eben sagt, dass es so richtig ist und nicht anders. Eine sogenannte Expertin und eine Expertenkultur, in der wir leben, in dem also diese Norm gesetzt wird. Und insofern wir wirklich alle immer wieder miteinander in einer durchaus auch bedrohlichen, bedürftigen Vorgabewelt leben. In einer gemachten Welt, in einer fremdbestimmten Welt, in einer normierten Welt, in einer narzisstischen Leitkultur-Welt, wenn ich da noch ein paar Sachen draufsetze, die einfach da drin sind. Und wenn das so ist und wenn du das erfüllst und wenn du so ein guter Bürger bist, dann ist eben alles möglichst glatt, dann sollte alles möglichst glatt, unbeschwerlich, weichgespült und eben vorgekaut sein. Wenn du dich daran orientierst und da mitläufst, dann geht alles gut. So, das scheint so ein Versprechen zu sein, dass da ist. Und das stimmt natürlich nicht. Sondern wichtig ist, dass jeder Mensch in seiner persönlichen Eigenart immer wieder Stellungen nimmt zu den Dingen. Durchaus auch hakelig wird. Bei aller Freundlichkeit und bei allem Miteinander und Kooperation und Hilfsbereitschaft und all dem auch immer wieder dann bemerkt, ah, das ist jetzt gerade eine Herausforderung, da muss ich rangehen, das kann nicht vollkommen unbeschwerlich gehen. Und das kann schon gar nicht glatt gehen, weil das einfach eine holprige Piste ist, auf der ich mich da gerade befinde. Und das ist ja buchstäblich so, wenn wir diese mittlerweile auch sehr narzisstischen Sportarten sehen, im Freizeitsport, dann ist das nie glatt. Du suchst allein schon die Herausforderung beim Downhill-Raisen und bei all diesen technischen Möglichkeiten, was ein Fahrrad heutzutage so hergibt, suchst du keine glatten Welten, sondern das soll ja auf jeden Fall mal dich auch, auf jeden Fall mindestens außer Atem bringen und durchaus über Stock und Stein und all das. Und da sehen wir es sehr schön in dieser Freizeitwelt, in dieser Freizeitkultur auch, dass es eben nicht glatt ist. Aber das bedeutet ja auch, dass wir dann sagen können, wenn es da nicht glatt ist, bitte dann eben auch die Herausforderung, dass du durchaus Konflikte am Arbeitsplatz haben kannst oder eben die Dinge nicht immer glatt sind, sondern tatsächlich eine Herausforderung darstellen. Das ist eine Herausforderung, zum Beispiel schon alleine deine Wohnung auf die Reihe zu kriegen, dass sie nicht vollkommen verludert oder solche Dinge oder wirklich auch dein Auskommen, dein finanzielles Auskommen klar zu kriegen. und das ist beileibe nicht glatt bei den meisten Menschen. Und insofern ist das Leben nicht unbeschwerlich, sondern tatsächlich immer wieder eine Herausforderung bei aller Unbeschwerlichkeit, die es dann wieder hat oder wiederum haben kann. Und es ist eben auch nicht weichgespült. Also diese Weichspülung ist wirklich so eine Mentalität, die einem auch öfter begegnen kann, wo man merkt, ja, wir sind doch alle gleich und wir sind doch alle gut und es geht doch alles gut und wählst du mich auch wieder bei der nächsten Bundestagswahl und so weiter, weil wir haben das doch ganz prima gemacht. Und dann denkst du dir irgendwo, was willst du eigentlich von mir? Willst du eine Weichspülung und sowas, damit es eben schön riecht und gut ist? Und das verarmt natürlich, all das verarmt unsere Welt oder lässt die Konflikthaftigkeit auch beiseite und verdrängt die Konflikthaftigkeit und deckelt sie und macht sie im Grunde genommen wieder gut, wo eigentlich nichts gut zu machen ist, sondern wo die Aufgabe wäre, sich dem zu stellen und natürlich konstruktiv damit umzugehen. Und ich sehe es ja auch immer wieder in der Wissenswelt, wo es dann heißt, naja, was muss denn so ein HP für Psychotherapie wissen bei der Prüfung? Und die interessiert nur das, da möglichst glatt durchzukommen und es wieder zu keuen, was anscheinend gewollt ist. Glücklicherweise ist die HP-Psychotherapie-Prüfung nicht so, sondern geht es um deine Persönlichkeit, um deine Art, mit den Dingen umzugehen und wie du ganz persönlich darauf eingestellt bist und nicht um ein vorgekautes und auswendig gelerntes Wissen. Und das trifft natürlich für viele anderen Berufe und Berufszweige auch zu. Und natürlich können wir uns fragen, philosophisch auch fragen an der Stelle, warum ist denn das so? Warum möchten wir denn gerne eine glatte, eine unbeschwerliche, eine weichgespülte und vorgegebene oder vorgekaute Welt, weil wir eigentlich bedürftig sind, weil wir immer wieder zurückfallen auf diese eigene, niedliche, kindliche Bedürftigkeit, die wir auch bei unseren eigenen Kindern sehen und päppeln und hätscheln und sie damit möglicherweise am Leben vorbei erziehen, was also auch zunehmend ein Problem darstellen kann, weil wir alle bedürftig sind und in bedürftigen Vorgabewelten leben, die trotz oder genau wegen dieser möglichst glatten und unbeschwerlichen und vorgegebenen, weichgespülten Phänomene ein Leid haben oder uns einfach nicht wohlfühlen, weil wir nicht wirklich an die Dinge rangehen, wie wir eigentlich rangehen müssten und das ist ja Sinn zum Beispiel auch einer Demokratie zu sagen, wir gehen gemeinsam daran und versuchen etwas gemeinsam zu entwickeln und zu formieren, damit es einfach ausgeglichener wird, ich sage gar nicht besser wird, sondern ausgeglichener sein kann und insofern ist das eine Reflexion, die mir persönlich immer wieder auffällt und ich gebe ja hier Gedankenanstöße, auch zu sagen, willst du immer vollkommen glatt durchkommen, beschwerdelos, unbeschwerlich, weichgespült und vorgekaut oder eben nicht oder willst du eben auch mal an die Sache rangehen, also dich mal wirklich jemandem widmen, der jetzt wirklich ein Problem hat und an dem Problem steckt und das ist überhaupt nicht weich zu spülen und glatt zu kommen. Das bedeutet ja nicht, dass man unfreundlich in der Welt ist. Es ist schon sehr wichtig, freundlich zu sein. Das habe ich auch sehr lernen müssen und das bin ich eigentlich auch von Natur aus, wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, im Notfall bin ich das immer wieder, also auch bei allen Hakeleien und Konflikten, die es gibt, immer wieder eine Freundlichkeit, zu einer Freundlichkeit zurückzufinden, eine Grundfreundlichkeit und es ist tatsächlich so, wenn man freundlich ist als Mensch, dann schlägt einem auch meistens Freundlichkeit entgegen und da geht es eben weiter und da kann man dann beharrlich sein und sich den Dingen stellen und damit dann umgehen, aber eben doch in dem Tiefschürfenden, das notwendig ist, um die Dinge einfach bewältigen zu können. Das ist dann schon sehr wesentlich. Insofern die Klischeehaftigkeit, die das ja auch ausdrückt hier, das glatte, unbeschwerliche, weichgespülte, vorgekaute, ist ja so eine Welt, die nur ein Klischee ist, die nur ein Abbild ist, vielleicht ein Wunschdenken ist, eine regressive Illusion ist, dass wir das immer wieder wünschen und wir verwechseln oft unser irdisches Dasein mit dem himmlischen Dasein oder mit dem Erleuchtungsdasein und dem, ich merke immer wieder, ich erwische immer wieder eine Menge Menschen dabei, dass sie eigentlich ihr Leben gar nicht leben wollen, sondern das Leben so oft so beschwerlich zu sein scheint, dass sie also möglichst schnelle Instant-Erleuchtungen und Erlösungen haben wollen und das ist es natürlich nicht. Also, um das mal so anzudenken, alles möglichst glatt, unbeschwerlich, weichgespült und vorgekaut. Unsere bedürftige Vorgabewelt, in der wir leben.